hallo nun habe ich doch noch eine idee gefunden um euch persönlich zu begrüßen ich würde mich freuen wenn ihr euch ein bisschen zeit nehmen würdet und mal auf meiner homepage herumstöbert ich habe ja ganz schön viel verändert ja und über einträge ins gästebuch und über kontakte würde ich mich auch sehr freuen manche fragen sich ja warum macht ein gela das aber ich kann nur sagen man lernt dabei ganz viel zum umgang mit dem pc ja also dann viel spaß